Wichtige Änderungen im Monat September 2022. Energiepreispauschale, Amazon und mehr. Diese Gesetzesänderung gibt es ab dem 1.9.2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamte, Rentner, die einen Job haben, Selbstständige usw. warten auf den 1.9.2022, die Energiepreispauschale kommt. Zum 1.9.2022 läuft die Corona-Einreiseverordnung aus und auch der Corona-Sonderurlaub für Beamte fällt weg. Leider läuft auch zum 1.9.2022 das Corona-Kurzarbeitergeld aus. Ab dem 1.9.2022 erhalten Pflegerinnen einen Tarifbonus. Daneben müssen Apotheken ab September 2022 elektronische Rezepte ausstellen. Der visumfreie Aufenthalt und die Einreise für Ukraine-Geflüchtete bleibt weiterhin erhalten. Und der Gesetzgeber, der Bundesminister für Wirtschaft hat den Ausbau von Stromleitungen beschleunigt. Also dazu gibt es dann ein entsprechendes Gesetz. Die DHL ändert ihre Zustelloptionen und Coca-Cola erhöht zum 1.9.2022 seine Preise. Amazon Prime kostet ab September mehr Geld. Und wir haben noch als kleines Leckerli für Rentnerinnen und Rentner, die eine vorgezogene Altersrente bekommen. Oder für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner eine frohe Nachricht. Ab dem 1.1.2023 gelten neue Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogener Altersrente und bei Erwerbsminderungsrenten. Ich denke, das sollte erstmal dazu genügen, einen kleinen Überblick zu bekommen, was sich ab dem 1. September 2022 ändert. Das entscheidende, das wichtigste Kriterium ist tatsächlich die Auszahlung der Energiepreispauschale durch die Arbeitgeber für Millionen Arbeitnehmer, Beamte und Minijobber zum ab dem 1.9.2022. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.